Hi, ich bin Matthias, bin Mitarbeiter an der Presse-Shell-TU Chemnitz und hier unter anderem verantwortlich für den Bereich Crossmedia. Dazu gehören Audio- und Videoprojekte, wie beispielsweise der Podcast Tug Persönlich oder Videoreportagen. Außerdem vermittle ich Experten und schreibe Pressemitteilungen. Und wenn ich nicht gerade hier bin, bin ich viel sportlich unterwegs, zum Beispiel beim Radfahren oder beim Bouldern. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, folgt mir doch einfach bei meinem Takeover. Wir sehen uns!